Haben Sie schon mal ein Elektrofahrzeug seitwärts einparken sehen? Der sogenannte Krabbengang von Elektrofahrzeugen, der ist gerade in aller Munde. Hyundai arbeitet ja schon seit Jahren daran, sodass Vorder- und Hinterräder bis zu 90 Grad seitwärts gedreht werden können. Dadurch kann man dann zum Beispiel auf der Stelle wenden. Dazu müssen die Vorderräder gegenläufig ausgerichtet sein. Einige nennen das die Panzerwende. Oder man kann seitwärts in Parklücken einparken. Für uns nochmal ein ganz toller Anlass, über ein Thema zu sprechen. Sie ahnen es, die guten alten Radnabenmotoren. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, vielen Dank nochmal für alle Ihre Nachrichten bezüglich des Videos von Herrn Professor Doppelbauer mit dem Thema Radnabenmotoren. Wir werden heute noch ein letztes Mal über dieses Thema Radnabenmotoren sprechen. Uns haben im Nachgang so viele E-Mails und Fragen erreicht, dass wir das noch einmal aufs Tableau bringen müssen. Speziell zu Innovationen von Startups, die Radnabenmotoren in E-Autos einbauen wollen. Wir haben heute meinen Namensvetter hier im Studio. Herzlich willkommen, Alexander Rosen. Moin Moin. Ja, hallo Herr Rosen, freue mich sehr hier zu sein. Sie sind Gründer und Powertrain-Systemingenieur bei DeepDrive, einem Unternehmen, das jetzt diese Radnabenmotoren für Elektroautos produzieren, herstellen möchte. Herr Rosen, erste Frage. Die Diskussion rund um diese speziellen Motoren, die hat ja offenbar eine längere Geschichte, naive Frage. Wir haben ja im letzten Podcast doch die ganz breite Seite gekriegt. Ganz viele Leute haben darauf reagiert. Warum ist denn da eigentlich so ein Zunder in dieser Thematik drin? Ja, sehr, sehr interessante Frage tatsächlich. Stellen wir es auch häufig. Das scheint ein doch relativ emotionales Thema sogar zu sein. Wir erklären uns das ein Stück weit damit. Das hat eine lange Geschichte, Radnabenantriebe. Die Idee ist sehr alt, gibt es schon seit vielen Jahren und es erscheint ja auch sehr naheliegend, die Motoren in ein Rad eines Autos zu bauen. Da hängt dann immer auch die Vorstellung eines immer verfügbaren Vierradantriebs dran. Da ist ein gewisser Gedanke vielleicht auch von Sportlichkeit sehr agilen Autos mit verbunden. Das heißt, das ist eine Idee, die ist sehr naheliegend auf der anderen Seite, aber auch sehr herausfordernd offensichtlich. Also es gibt Probleme, die nicht wegzudiskutieren sind in Bezug auf Haltbarkeit, die von ungefederte Masse. Da werden wir sicher nochmal drüber sprechen später. Und es ist eben auch so, dass es die Idee schon lange gibt, aber bis heute eben kein Fahrzeug im Pkw-Bereich in Serie ist. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Im E-Auto-Bereich gibt es tatsächlich kein einziges Auto mit Ausnahme des Abtera E. Das sieht natürlich anders aus bei Scootern, bei Mopeds beispielsweise. Warum ist das denn so? Erste Frage. Also das Thema Radnamenantriebe hat sich im Bereich Scooter, gerade im asiatischen Markt, sehr durchgesetzt. Das gibt es da sehr häufig. Das ist sehr einfach zu integrieren. Man hat den Motor direkt hinten im Rad, hat also alle Vorteile, die Radnamenantriebe in Bezug auf Integration, einfach Integration bieten, kann man da nutzen. Im Pkw-Bereich hat es sich bisher nicht durchgesetzt, aus unserer Sicht, aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind es Kosten, sicherlich. Also man sieht in den Systemen, die es bisher gab auf dem Markt, sieht man einfach, dass es mit recht hohen Kosten verbunden war. Und dass auch die Drehmomente und die Leistungen, die im Rad untergebracht werden konnten, nicht ausreichen. Also gab es bis heute eigentlich keine technisch und ökonomisch zufriedenstellende Lösung für Radnamenantriebe im Pkw-Bereich. Das sagen Sie wahrscheinlich, dass Sie das jetzt aber gefunden haben oder auf einem guten Weg sind. Tauchen wir mal ganz kurz in diesen Podcast vom Januar ein. Herr Doppelbauer hat sich da ja relativ skeptisch gegenüber Radnamenantrieben generell positioniert. Allerdings muss man auch sagen, er hat auch relativ viel Kritik unter diesem Podcast von unseren Hörerinnen, von unseren Hörern bekommen. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Ist es eigentlich so clever, wenn ich nicht einen Motor im Auto habe, sondern ich habe vier in jedem Rad, einen. Dann brauche ich ja auch viermal die Leistungselektronik. Ich brauche viermal die Kabel. Ich muss durch das ganze Auto Stecker und Kabel ziehen. Ich muss viermal einen Kühlschlauch hinlegen und einen Kühlschlauch wieder rauslegen. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Dann kommen so Kleinigkeiten wie, was mache ich eigentlich, wenn ich einen Reifenwechsel habe? Dann muss ich den ganzen Motor ausbauen mit zwei Schläuchen und einem Elektrokabel. Was mache ich eigentlich mit der Bremse, die brüllend heiß wird, wenn ich mal eine Notbremsung habe? 400 Grad. Auf der anderen Seite habe ich minus 20 im Winter. Super toll für die Abdichtung und das ganze System. Direkt daneben habe ich meine Leistungselektronik. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Das wird nicht mehr gut. Ja, Herr Rosen, jetzt haben Sie den ganzen Podcast hören können. Auch speziell dieses Statement, dieses Anfangsstatement von Herrn Doppelbauer. Welche Aspekte sehen Sie hier fundamental anders als Herr Professor Doppelbauer? Ja, wir haben das natürlich mit Interesse verfolgt, auch im gesamten Unternehmen Deep Drive, wie man sich vorstellen kann, weil wir eben das Thema Radnamenantriebe explizit adressieren. Und Herr Doppelbauer bringt auch sehr valide Argumente und zum Teil auch Argumente, denen wir absolut zustimmen. Zum Teil sehen wir aber eben Dinge auch wirklich anders und auch fundamental anders, wie Sie sehen. Zum einen vielleicht gleich das erste, ja, ich würde sagen, Missverständnis, was häufig im Zusammenhang mit Radnamenmotoren auftaucht, ist, dass Radnamenmotoren zwingend einen Vierradantrieb bedingen. Das sehen wir nicht so und das setzen wir auch nicht so um. In der Regel, also fast alle unsere Kunden adressieren zunächst mal einen Zweiradantrieb mit Radnamenmotoren. Und da ist die klassische Antriebskonfiguration auch die, dass man zwei Radnamenantriebe auf die Hinterachse eines Fahrzeugs bringt und damit im Prinzip sehr nah an der klassischen Antriebskonfiguration von heutigen Elektroautos dran ist. Heißt dann natürlich auch, dass man eben nicht viermal Infrastruktur durchs Auto führen muss, sondern nur zweimal und damit eben auch relativ kurze Wege von der Batterie zu den hinteren Maschinen hat, die Kühlsysteme in Reihe hängen kann. Da ist dann kein so großer Overhead an Infrastruktur, Verschlauchungs, Verkabelungsaufwand im Fahrzeug. Sein zentrales Argument war ja, dass dieses Platzargument, ein Radnabenmotor kann dann komplett auf Getriebe verzichten und auf den großen Elektromotor in der Front, dass das im Prinzip sich selber erübrigt, weil die ganzen Schläuche, die ganze Verkabelung letzten Endes diesen Platz wieder wegfrisst. Wie ist das denn in der Realität bei Ihnen? Also da sehen wir gerade in den Fahrzeugen, die wir jetzt gerade umrüsten, sehen wir, dass da sehr viel Platz frei wird durch den Wegfall der zentralen Antriebseinheit. Es geht ja auch nicht nur um die Maschine in der zentralen Antriebseinheit, sondern es geht auch um das Getriebe, um den Umrichter, der dann auch drauf sitzt. Das ist nennenswert Bauraum, der da frei wird. Und man darf auch die sekundäre Effekte nicht vergessen. Eine zentrale Antriebseinheit muss auch im Fahrzeug abgestützt werden. Die muss relativ aufwendig gegen das Drehmoment abgestützt werden am Fahrzeugrahmen. Da ist recht viel Infrastruktur auch dort erforderlich. Man kann sich auch vorhandene Konzepte anschauen von Fahrzeugen mit Radnabenantrieben. Da gibt es ein ganz interessantes gerade in Schweden. Da ist die Firma Nefs, der, wenn man so sagen will, der Nachfolger der Saabwerke, hat ein Fahrzeug aufgebaut und zeigt da, dass man eben auch diesen Platz wirklich benutzen kann für Batteriekapazität. Also Sie wollen diesen frei werdenden Platz mit Batterien sozusagen dann füllen. Dann wird das Fahrzeug natürlich auch schwerer, nehme ich doch mal an. Vielleicht führen Sie das Argument jetzt nochmal aus. Welche Probleme gibt es denn grundsätzlich mit konventionellen Elektromotoren jetzt von normalen Elektroautos, sage ich mal? Da sagen Sie ja, das ist auch ein bisschen ineffizient insgesamt. Die Diskussion bei Radnabenantrieben dreht sich eben oft um das Thema Platz, Bauraum, Allradantrieb und so weiter. Und da stimme ich auch Herrn Doppelbauer zu, dass diese Argumente sind eigentlich sehr schwach, weil der Platzgewinn im Fahrzeug eben oft auch nicht genutzt werden kann. Und ich, genau wie Sie richtig sagen, ich möchte vielleicht auch nicht unbedingt 150 Kilowattsturm Batterie einbauen, sondern habe da auch andere Limitierungen, was Kosten und Gewicht angeht. Wir sehen das Hauptargument für Radnabenantriebe und insbesondere für unsere Radnabenantriebe im Thema Effizienz und Reichweite tatsächlich. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Das Problem ist mit heutigen Antrieben, dass die tatsächlich, und das ist eine Sache, die vielen gar nicht so sehr bewusst ist, dass sie relativ ineffizient sind in einem Elektrofahrzeug. Ich will es kurz an einem Beispiel erläutern. Wenn ich einen Tesla Model 3 Highland mir heute anschaue, also die neueste Version in der Hinterantriebsvariante, dann braucht das Fahrzeug ab Stecker im WLTP 13,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das gilt gemeinhin als sehr effizientes Auto, ist es auch. Also das ist mit das effizienteste Elektroauto, was ich heute kaufen kann. Wenn ich mir aber anschaue, wie viel Energie von diesen 13,2 Kilowattstunden ich benötige, um das Fahrzeug wirklich am Fahren zu halten, um die Fahrwiderstände zu überwinden, dann sind das nicht mal acht. Das kann man recht gut nachvollziehen, auch an den Messwerten des Autos und am CW-Widerstand, den Rollwiderstandskennwerten, die sind alle veröffentlicht, alle verfügbar. Das heißt, ich muss 13,2 Kilowattstunden laden, um acht Kilowattstunden davon in Bewegungsenergie rumzusetzen. Und jetzt kann man sich fragen, wo diese über fünf Kilowattstunden verloren gehen. Davon geht ein großer Teil im Ladegerät verloren. Das ist ein Teil der Antwort. Also zwei Kilowattstunden ungefähr gehen im Ladegerät verloren. Aber eben auch drei bis dreieinhalb Kilowattstunden in der Antriebseinheit. Der größte Verlust an Energie, der jetzt in diesen konventionellen Antriebseinheiten stattfindet, ist gerade in den Zyklen wie dem WLTP sind die Getriebeverluste. Gerade Reibungs- und Ölverluste im Getriebe nehmen da einen sehr großen Stellenwert ein. Und die können wir in einem Radnabenantrieb, der prinzipiell getriebelos aufgebaut ist, also einen Radnabenantrieb macht aus unserer Sicht nur dann, wenn es ein Direktantrieb ist, also direkt das elektrische Drehmoment auf die Räder bringt, diese Getriebeverluste fallen vollständig weg. Dann holen Sie doch an der Stelle nochmal ganz kurz aus, geben Sie uns alle Daten zu diesen Radnabenmotoren. Da fragen sich natürlich ganz viele Leute da draußen, naja, wie ist das grundsätzlich aufgebaut? Versuchen Sie das mal jemandem zu erklären, der jetzt nicht Elektrotechnik studiert hat, der jetzt nicht unbedingt was vor Augen hat, wie diese Motoren aussehen. Versuchen Sie es mal. In Elektromotoren wird der Vortrieb oder das Drehmoment erzeugt über eine elektromagnetische Kraft. Und das ist so, dass je weiter von der Drehachse entfernt dieser angreift, desto größer wird das Drehmoment, weil ich erzeuge im Endeffekt eine Kraft, einen Vorschub, eine Schubkraft in meinem Luftspalt. Und je weiter ich das nach außen bringen kann, desto mehr Drehmoment erzeuge ich, weil das Drehmoment ist im Endeffekt Kraft mal Hebelarm. Und wenn ich meinen Hebelarm verdoppel, dann verdoppel ich auch das Drehmoment. Gleichzeitig verdoppel ich durch diese Vergrößung des Hebelarms auch den Platz, also die Fläche des Luftspalts in der E-Maschine und vervierfache damit das Drehmoment. Weil ich verdoppel meinen Hebelarm und verdoppel den Platz im Luftspalt und vervierfache damit das Drehmoment. Und das ist ein interessanter Aspekt, weil diesen Durchmesser, diesen Platz, den habe ich im Rad zur Verfügung. Während ich im Inneren eines Autos, in einem Zentralantrieb, kann ich Maschinen- oder Motordurchmesser von maximal 200 bis 250 Millimetern unterbringen. Währenddessen ich im Rad in einer 19-Zoll-Felge Motordurchmesser von 420 bis 450 Millimetern unterbringen kann. Das heißt, das ist grob gesagt das Doppelte. Und dieser doppelte Durchmesser im Rad führt dann eben zu einem vierfachen Drehmoment. Beziffern Sie das gerne mal, das Drehmoment, dann auch die Leistung dieses Motors oder der beiden Motoren dann in den beiden Rädern. Nennen Sie uns mal Zahlen. Heute benötigt man zum Antrieb eines Mittelklassefahrzeugs Drehmomente am Rad von 3000 bis 5000 Newtonmeter, je nach Leistungsklasse. Unsere Motoren können genau das bereitstellen. Wir realisieren pro Motor im Einstiegsbereich für kleinere Fahrzeuge 1500 Newtonmeter und können in den Motoren bis zu 2500 Newtonmeter erzeugen. Pro Motor, ich sagte gerade, wir haben in der Regel Antriebskonfiguration mit zwei Motoren auf der Hinterachse. Das führt dann eben zu 3000 bis 5000 Newtonmeter Moment am Rad. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie wartungsintensiv sind diese Räder. Jetzt kommen wir gleich mal zu den ungefederten Massen da als Argument. Wir fragen uns natürlich auch über die Lebensdauer ganz grundsätzlich und was noch damit möglich ist. Auch hier seitwärts einparken, habe ich gehört. Ganz, ganz tolle Ideen, die natürlich mit diesen Motoren jetzt irgendwie ermöglicht sind. Kommen wir mal zu den ungefederten Massen. Das war mit Abstand unter dem letzten Podcast das Argument, was da am häufigsten vorkam. Jetzt haben wir eine Zuschrift von Marcel Paulsen. Der schreibt hier, ich glaube, die oft zitierten ungefederten Massen in den Rädern sind auf der Straße gar nicht mal so problematisch. Im Offroad-Bereich wird allerdings sicher kein Radnahmemmotor Bestand haben. Sehen Sie das auch so, Herr Rosen? Also dem ersten Teil stimme ich absolut zu. Also wir sehen das Thema, man kann das Thema nicht ganz wegdiskutieren. Zu der These, dass wir im Offroad-Bereich keine Radnahmantriebe sehen werden, kann ich wenig sagen. Also da fällt mir die Einschätzung tatsächlich schwer. Voraussichtlich, also da würde ich zustimmen, ist das Thema der ungefederten Massen in solchen Offroad-Bereichen, wo ich eben sehr viel Bewegung im Fahrwerk habe, sehr viele Stöße, Schläge auf das Fahrwerk habe, schwieriger anzuhaben. Dem würde ich schon zustimmen. Vielleicht noch ein Wort zu den ungefederten Massen, um das mal einzuordnen. Wir sprechen davon, dass unsere Motoren ein Zusatz, ein Gewicht, also der reine Motor mit Leistungselektronik wiegt bei uns im Einstiegsbereich knappe 30 Kilogramm und im Hochdrehmoment-Hochleistungsbereich knappe 35 Kilogramm. Also besagter 1.500 Newtonmeter Motor knappe 30 Kilogramm, 2.500 Newtonmeter Motor knappe 35 Kilogramm. Und wenn man sich jetzt mal die ungefederte Masse von heutigen Fahrzeugen anschaut, dann habe ich gerade im so mittleren SUV-Bereich gerne 19, 20, 21 Zoll Felgen, gern gekauft von Kunden, summieren sich die ungefederte Massen vorne heute schon auf 60 Kilo, zum Teil bis zu 70 Kilo auf. Und jetzt mal eine kurze Beispielrechnung. Wir applizieren die Maschinen dann meistens an der Hinterachse, können an der Hinterachse durch den Einbau der Radnamenantriebe das Bremssystem potenziell deutlich verkleinern. Also setzen im Prinzip nur noch eine kleine Bremse ein, die alle Notbremsmanöver abdeckt. Alles andere können wir mit den Radnamenantrieben erschlagen. Und kommen dann am Ende auf, dadurch, dass das Bremssystem wegfällt, hinten oder deutlich kleiner wird, enden wir mit Zusatzgewichten, also mit zusätzlichen ungefähr der Massen im Bereich 15 bis 20 Kilo. Und wenn man das in Relation setzt zu den 60 bis 70 Kilo, die heute schon akzeptiert sind, dann sehen wir da kein großes Problem. Jetzt sprechen Sie über das Gewicht von diesen Motoren. Grundsätzlich ist der Trend ja da bei E-Autos oder bei konventionellen Autos, dass die Dinger immer schwerer werden. Ist da nicht eine gewisse Problematik, auch was die ungefederten Massen angeht, dann umso stärker? Stellen wir uns mal vor, die Batterie wird jetzt deutlich schwerer, der Platz wird aufgebraucht von einem mehr an Batterie. Das ganze Ding wird größer. Dann ist das doch auch relevant für die Motoren, oder nicht? Ja, aber in dem Fall, also nur genau in diesem speziellen Fall, ist es sogar gut für uns, weil das Problem der ungefederten Masse ist ja erstmal eins von Verhältnissen. Also je schwerer meine Fahrzeugmasse ist, desto mehr Masse kann ich im Rad akzeptieren in Bezug auf den Komfort. Weil je größer das Verhältnis der Massen ist, also je leichter das Rad ist im Vergleich zum Fahrzeug, desto leichter fällt mir dann die Einhaltung des Fahrkomforts. Und an der Stelle, das ist so ziemlich die Einzige, tut dann höheres Fahrzeuggewicht nicht so weh. Das war schon mal gut zu hören. Jetzt sind Sie auch bekannt geworden, Sie von Deep Drive, mit dem Spruch, wir wollen günstigere und effizientere E-Autos. Jetzt haben Sie gerade zu Beginn des Podcasts gesagt, dass Sie das wahrscheinlich gar nicht erreichen werden, weil Radnabenmotoren generell teurer werden als die anderen Elektromotoren. Wie viel günstiger wären denn Elektroautos mit den Radnabenmotoren von Ihnen? Wir haben bei Deep Drive eine Innovation im Antrieb erreicht oder eine wirkliche Revolution im Antrieb erreicht, der einfach drehmomentstarke Elektromotoren zu sehr, sehr günstigen Kosten bereitstellen kann. Und das führt dann am Ende dazu, dass unsere Radnabenmotoren, also zwei von unseren Radnabenmotoren, im ähnlichen Preisbereich realisiert werden können wie heutige zentrale Antriebe, heutige zentrale Achsen. Wir sehen da kaum mehr Kosten in den Antrieben. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir durch Steigung der Effizienz, ich hatte eben das besagte Tesla Model 3 Highland angesprochen, wir sehen, dass wir mit unseren Antrieben die Reichweite eines solchen Fahrzeugs um 20% steigern können. Das heißt, man kann, wenn man jetzt mal als Randbedingung Reichweite festlegt, kann man bei gleicher Reichweite, bei gleicher für den Kunden erzielbarer Reichweite, die Batterie 20% kleiner machen. Das ist eine signifikante Kostenersparnis, weil Batteriekapazität kostet heute immer noch am meisten Geld im Fahrzeug. Das heißt, da kann ich deutlich Kosten einsparen. Ja, dann gehen Sie doch trotzdem auf die Kosten von den Motoren selber nochmal ein. Vor allem die Wartung ist ja wahrscheinlich am Anfang relativ hoch, beziehungsweise wie lange lebt so ein Radnabenmotor generell, wenn er mehr aushalten muss, wenn er näher dran ist am Fahrwerk? Wie gehen Sie damit um? Haben Sie erste Zahlen? Vielleicht, um noch mit einem Missverständnis aufzuräumen, was auch häufig genannt wird, der Wechsel einer Felga eines Rades ist mit Radnabenantrieben genauso einfach wie im konventionellen Fahrzeug auch. Man kann sich den Radnabenmotor eigentlich anstelle sehr ähnlich vorstellen wie die Bremsscheibe heute. Das heißt, ich ziehe die Felge immer noch vom Radlager ab, kann die Felge tauschen, kann die Reifen wechseln, kann von Winter auf Sommerreifen wechseln, wie heute auch. Also da ändert sich gar nichts dran. Bezüglich Lebensdauer, das klare Ziel für Radnabenantriebe ist immer, das Ganze auf Fahrzeug Lebensdauer auszulegen. Das heißt, das muss ein wartungsfreies System sein. Insbesondere die Bremse wird in einem Radnabenantrieb wartungsfrei werden. Wir integrieren in die Radnabenantriebe Trommelbremsen. Die Trommelbremsen im Radnabenantrieb werden über Fahrzeuglebensdauer kaum genutzt, weil eben die meisten täglichen Bremsmotoren abgedeckt werden können durch Rekuperationsbremsungen. Das heißt, die Bremse ist wartungsfrei im Prinzip ja in so einem Antrieb. Und ich habe dann durch Radnabenantrieb eben keine höheren Wartungskosten als mit konventionellen Fahrzeugen auch. Wir haben hier immer öfter den Hinweis gehört, fragt doch bitte unbedingt mal nach, ob man einen Elektromotor auch reparieren kann. Wir haben ja über ganz verschiedene Elektromotorarten im letzten Podcast mit Herrn Doppelbauer gesprochen. Wie ist das denn mit Radnabenmotoren? Kann man da prinzipiell nochmal ran, wenn der Motor als solches kaputt geht? Das halte ich für sehr schwierig tatsächlich. Also abhängig davon natürlich, was kaputt gegangen ist. Es können natürlich mechanische Bauteile kaputt gehen, wie Lager zum Beispiel. Da ist es vorstellbar, wenn auch kompliziert, weil wir reden immer von Maschinen, die Permanentmagnete beinhalten. Das heißt, ich muss Bauteile voneinander trennen, die sehr schwer voneinander zu trennen sind. Also da sind sehr, sehr starke Kräfte im Spiel, wenn ich das auseinanderbauen möchte. Aber es ist dann nicht ganz undenkbar. Aber sobald wir von elektrischen Komponenten reden, Wicklung, Umrichter, Elektronik um Umrichter, würde ich Reparatur in der Werkstatt Stand heute für sehr schwierig halten, weil wir da immer auch von Hochholsystemen reden, Isolationssystemen, die ich prüfen muss. Da wird es sehr wahrscheinlich auf Austausch von Komponenten hinauslaufen. Jetzt haben Sie die 20 Prozent genannt an mehr, an einem Effizienzmeer sozusagen. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin irgendein potenzieller Kunde von Ihnen. Wann sind Sie denn als Motorlösung besonders attraktiv? Reden wir irgendwie von kleinen Lösungen? Jetzt habe ich zum Beispiel mal so ein Golfkart oder sowas in Sinn oder einen Gabelstapler oder so. Wenn wir jetzt über E-Autos reden, frage ich mich immer, auf welches Segment fokussieren Sie sich denn? Wir fokussieren ganz klar auf den Mainstream-Einsatz im PKW. Und zwar über alle Fahrzeugklassen hinweg, vom Kleinwagen, so Poloklasse, bis über das BCD-Segment, also Golfklasse, Mittelklasse, bis hin zu großen SUVs. Es wird Einsatzgrenzen geben, definitiv. Auch sinnvolle Einsatzgrenzen. Also in Supersportwagen wird man unsere Motoren nicht sehen. Aber grundsätzlich fokussieren wir den gesamten Mainstream-Pkw-Markt. Ja, sagen Sie doch mal, wie wollen Sie die überzeugen? Da wird wahrscheinlich die Batterie größer ausfallen, die Reichweite größer. Haben Sie auch da mal eine Vorstellung? Wie geht man da rein in solche Verhandlungen mit OEMs, die dann sagen, was könnt ihr, was könnten wir dann wiederum verkaufen? Welche Idee? Reichweite über 1000 Kilometer wäre doch toll. Ja, also das sind zwei Spieler, an die man denken kann. Das eine ist der Weg, ich nutze den Platz und baue größere Batterien ein. Das ist natürlich attraktiv. Ich könnte dann Batteriekapazitäten von vielleicht 150, 160 Kilowattstunden tatsächlich darstellen und dann in Kombination mit dem effizienten Antrieb eben sehr reichweitenstarke Fahrzeuge bauen. Wir sehen aber einen viel interessanteren Aspekt eigentlich. Wir sehen, dass Batteriechemien mit geringen Kosten, die gerade sehr attraktiv sind, das heißt Natrium-Ionen-Batterien oder auch Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die kranken alle daran, dass die volumetrische Energiedichte, also die Energiedichte bezogen auf den Platzbedarf der Batterien, viel geringer ist als in den klassischen Lithium-Ionen-Batterien. Das sieht man auch in den Fahrzeugen, also das Tesla Model 3 mit der Lithium-Eisenphosphat-Batterie hat die genauso große Batterie, genauso voluminöse Batterie, hat aber eben deutlich weniger Kapazität, damit auch deutlich weniger Reichweite. Und wir halten es für sehr attraktiv, diesen Mangel auszugleichen. Also Low-Cost-Batterie, Zellchemien einzusetzen, gerade Natrium-Ionen-Batterien und den Platz und den Effizienzgewinn zu nutzen, um Fahrzeuge aufzubauen, die die gleiche Reichweite darstellen können, nur mit günstigeren Batteriezellchemien. Okay, interessant. Jetzt stelle ich mir vor, ich will ein E-Auto kaufen. Das ist meinetwegen eine Natrium-Ionen-Batterie, die hat aber die gleiche Reichweite mit dem Auto zusammen wie jetzt beispielsweise ein LFP- oder ein NMC-Auto. Jetzt ist aber am Anfang Ihrer Produktion wahrscheinlich die Kosten für die Elektromotoren, für die Radnahmotoren so hoch, dass wir am Ende aufs selbe hinauskommen. Insofern, wie wollen Sie das denn hochfahren, die Produktion? Das ist ja jetzt kein Ansatz zu sagen, wir machen genau dasselbe, ja vom Kostenpunkt her genau dasselbe Auto, nur wir machen es irgendwie anders. Also das ist ja jetzt für den Konsumer am Ende dasselbe eigentlich, oder nicht? Ja, das ist das klassische Problem, wenn man eine ganz neue Technologie in den Markt reinbringen will. Wir haben uns da für einen Weg entschieden, nämlich strategische Partnerschaft einzugehen mit Continental, einem großen Tier 1, das ging ja auch durch die Presse vor einem halben Jahr etwa. Das heißt, wir haben uns da einen großen Bruder an Bord geholt, der uns bei der Industrialisierung, bei der Serienfertigung unterstützt und damit eben schnell in Stückzahl skalieren. Weil nämlich, wie Sie richtig sagen, es gerade für ein Startup sehr, sehr schwer ist, in Stückzahl zu gehen, in Skalen zu gehen und mit Kosten zu konkurrieren, die eben heute im Elektromobil die Tetzmark schon sehr, sehr gering sind und in sehr, sehr großen Stückzahl man unterwegs ist. Also wir nehmen mit diese Elektromotoren, die ermöglichen ein Mehr an Batterie. Das könnte man dann beispielsweise mit nachhaltigeren und kostengünstigeren Batterien auffüllen. Speziell am Anfang, da wird man wahrscheinlich kostenmäßig irgendwo rauskommen, wo man sich heute schon befindet. Das reiht sich irgendwie ein in Vorgängerunternehmen, die Sie sehen, zum Beispiel Lordstown oder Lightyear beispielsweise. Das sind Unternehmen, die haben sich versucht an Radnahmemotoren, sind leider beide pleite gegangen. Auch Elaffe wird immer wieder genannt. Woran nochmal zusammengefasst liegen denn diese hohen Herausforderungen bei der Entwicklung von Radnahmemotoren? Und warum dauert das so lange und ist offenbar ziemlich steinig, dieser Weg? Ja, die Hauptherausforderung liegt tatsächlich da drin. Ich habe erläutert, dass ich mit Steigung des Durchmessers einer E-Maschine eben das Drehmoment steigern kann. Ich habe aber an gleicher Stelle das Problem, dass eben mit steigendem Durchmesser auch die Kosten an der Maschine wachsen. Und zwar auch quadratisch. Quadratisch, also eine Verdopplung des Durchmessers ist im bisherigen Stand der Technik so, dass das auch zu einer Vervierfachung der Kosten führt. Damit sind Maschinen insbesondere auch von den genannten Wettbewerbern, es gibt zwei am Markt oder zwei wichtige Wettbewerber im Markt, das ist Firma Protein und Firma Elaffe, dass wir da recht hohe Kosten bei den angebotenen Radnabenantrieben sehen. Und was uns jetzt unterscheidet und uns in sehr, sehr wichtiger Weise unterscheidet ist, wir haben eine neue Motortechnologie entwickelt, die diesen ganz, ganz wesentlichen Zusammenhang des quadratischen Wachsens der Preise mit dem Durchmesser aufhebt. Also unsere Kosten, unsere Materialkosten in der Maschine wachsen nur linear mit dem Durchmesser. Das heißt, wir können den Durchmesser einer Maschine verdoppeln und müssen dann nur den Materialeinsatz verdoppeln und gewinnen aber das vierfache Ausgangsdrehmoment in der Maschine. Und das führt dann eben dazu, dass wir zu sehr, sehr attraktiven Kosten und zwar zu vergleichbaren Kosten zu heute verfügbaren zentralen Antrieben, Radnabenantriebe herstellen können. Und das macht das System dann eben in Kombination mit den Effizienzvorteilen und günstigeren Batterien zu einem sehr, sehr attraktiven Gesamtpaket. Ganz konkret, für wie viel weniger Geld könnte denn jetzt ein Kunde beispielsweise dieses Fahrzeug anbieten gegenüber den jetzt erhältlichen Elektroautos? Also wenn wir die Verkleinerung der Batteriekapazität und den Wechsel auf kostengünstige Zellchemie einrechnen, dann sehen wir Kostensparpotenzial an der Batterie von 2.000 bis 3.000 Euro. Und wenn man sich dann auch anschaut, dass das Fahrzeug über Lebensdauer eben noch 2 bis 3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Strom weniger benötigt, dann reden wir über den TCO, also Total Cost of Ownership Vorteil von fast 5.000 Euro, den man erzielen kann durch den Einsatz von Radnabenantrieben, von unseren Radnabenantrieben. Auf welchen Motor referenzieren Sie denn da? Also gegenüber den jetzt erhältlichen Elektromotoren in konventionellen Elektroautos sozusagen? Oder gegenüber welchem Auto würden Sie das jetzt behaupten? Das referenzieren wir zu dem, was heute erhältlich ist. Wir nehmen immer, weil es relativ herstellerneutral ist, das Tesla Model 3 als Vergleich her, weil es eben auch einen Antrieb hat, der schon recht effizient ist. Es hat einen Silizium-Kabit-Umrichter, eine PSM, also macht eigentlich alles, was man heute so macht. Natürlich wird der Stand der Technik sich auch etwas verbessern in den nächsten Jahren, aber wir sehen da keine großen Sprünge in der Effizienz. Die sehen wir tatsächlich nur, wenn man eben wechselt zu Radnabenantrieben auf Basis unserer Technologie. Dann nehmen Sie uns ganz kurz nochmal mit in diese Verhandlung mit Ihren ersten Kunden. Was sind denn da Argumente? Sie gehen rein und sagen, ihr könnt jetzt dieses Auto der Zukunft mit Deep-Drive-Motoren für günstiger verkaufen? Oder was sind die Argumente da im Raum? Ja, genau das. Also der globale Preiskampf im Elektromobilitätsmarkt, der ist groß. Und alles, was man an Kostenersparen, das da mitnehmen kann. Und Effizienz ist ein sehr großer Hebel auf Kosten, eben durch Batteriekapazität und Total Cost of Ownership, ist das eben das Hauptargument. Jetzt stellen wir uns mal vor, Deep-Drive schafft das. Und in zehn Jahren wird eine erhebliche Anzahl von E-Autos mit diesen Radnahmemotoren ausgestattet. Was heißt das als User, als Fahrer? Was kann ich damit machen? Wo ist der Unterschied im Fahrerlebnis eigentlich? Also erstmal wird der User keinen großen Unterschied im Fahrerlebnis merken. Das soll er auch nicht. Das Elektroauto zeichnet sich eher dadurch aus, dass es eben diesen großen Unterschied zwischen dem reinen Sechszylinder oder dem V8 nicht mehr gibt, sondern man eigentlich ein gleichbleibendes Fahrerlebnis über alle Antriebsarten hat. Beim Radnahmemantrieb haben wir zwei Unterscheidungsmerkmale. Zum einen kann ich durch Verteilung der Drehmomente auf die Hinterräder die Dynamik in Kurvenfahrten steigern. Das heißt, ich kann mit Radnahmemantrieben durchaus auch sehr, sehr sportliche Fahrzeuge aufbauen, die eventuell sogar für den Rennstreckeneinsatz gut geeignet sein können. Bei uns gibt es einen zweiten sehr wichtigen Aspekt und den haben jetzt auch Wettbewerber oder Fahrzeughersteller, zum Beispiel Hyundai, gerade gezeigt. Ich kann nämlich mit Radnahmemantrieben, dadurch, dass ich keine Antriebswelle ins Fahrzeug führe, kann ich die Räder bis zu 90 Grad einschlagen. Und wenn man das mal zu Ende denkt, das erfordert dann den Einsatz von vier Radnahmemantrieben. Ich hatte vorhin gesagt, wir fokussieren eher auf Zweiradantriebe, aber wenn ich vier Antriebe verbaue, dann kann ich Fahrzeuge seitwärts einparken lassen. Und das klingt jetzt erstmal nach einem recht kleinen Schritt, aber wir haben das gesehen. Wir waren auch als Aussteller auf der CES unterwegs Anfang des Jahres und da wurde auch das Fahrzeug von Hyundai ausgestellt. Und wir sehen da ein gewaltiges Feedback aus dem Markt, gerade aus dem Endkundenmarkt, weil das scheint ein Thema zu sein, was sehr, sehr viele Menschen auf der Welt umtreibt, das Problem vom Parkraum. Also Sie sprechen seitwärts einparken ein. Was wir auch gerade sehen, ist dieses Auf-der-Stelle-Drehen. Das fand ich ganz, ganz interessant. Also wenn eines Tages mal dieser gesamte Straßenverkehr elektrifiziert ist und vor allem intelligent geregelt ist, dass das dann irgendwie ganz interessant aussieht, dass Autos autonom auf der Stelle drehen und dann nicht mehr rückwärts fahren müssen letzten Endes. Ganz interessante Geschichte. Und das ist auch Ihr Geschäftsfeld? Ja, absolut. Also das ist was, wir sehen und wir haben das tatsächlich lange unterschätzt, aber dieser Endkunden-Nutzen durch solche neuen Fahrfunktionen, der scheint sehr wichtig genommen zu werden, gerade auch von den Fahrzeugherstellern, weil man da ein Potenzial sieht, sich wirklich abzugrenzen im Markt und wirklich neue Fahrfunktionen darzustellen, die wirklich den Endkunden, also dem Fahrzeugkäufer am Ende den Mehrwert bieten und ihn dazu überzeugen, genau dieses Fahrzeug zu kaufen. Weil das ist was, was es im Automobilmarkt heute kaum noch gibt. So Elektroautos oder Fahrzeuge im Allgemeinen sind sehr, sehr ähnlich, unterscheiden sich kaum noch. Also tue ich jetzt vielleicht Fahrzeugherstellern unrecht, aber es ist eigentlich alles sehr ähnlich. Da gibt es keine großen Unterscheidungsmerkmale, Alleinstellungsmerkmale mehr. Und wir sehen, dass gerade durch sowas eine Hoffnung da ist, für Fahrzeughersteller sich sehr, sehr stark abzugrenzen von dem, was es gibt und damit auch wieder Endkunden, also Fahrzeugkäufer davon zu überzeugen, genau dieses Fahrzeug zu kaufen und kein anderes. Jetzt haben Sie auch zwischendurch mal mit dem Gedanken gespielt, eine ganze Plattform zu bauen, wo dann diese Radnabenmotoren quasi integriert sind, sodass das OEM, der große Abnehmer, letzten Endes da gar nicht mehr planen muss, sondern vielleicht nur noch die Batterie am Ende produziert und einsetzt. Das war eine Plug-and-Play-Plattform, die Sie da angeboten haben. Da sind Sie jetzt tatsächlich weg von dieser Strategie. Darf ich kurz nachfragen, warum das so ist? Ja, wir sind mit der Idee damals gestartet. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Gründungsgeschichte von DeepDrive. Wir sind insgesamt sieben Gründer und haben unsere Wurzeln in einem gemeinsamen Formula Student Team, also außer mir, sind sechs der Mitgründer gestartet in dem Formula Student Team an der TU München. Waren da sehr erfolgreich, haben viele Wettbewerbe gewonnen und hatten damit auch einen starken Blick aufs Gesamtfahrzeug. Und wir sind damals, gerade auch aus der Motivation, auch aus diesem Radnabenantrieb zu bauen, haben wir gesehen, dass die Potenziale auf Gesamtfahrzeugebene sehr, sehr groß sind dadurch. Ich habe es ja schon erläutert, die Batteriekapazität verkleinern. Also den sehr, sehr großen Wettbewerbsvorteil hebt man an, wenn man auch die Gesamtfahrzeugvorteile heben möchte. Das heißt, es liegt erstmal in der Sache nahe, eine Plattform anzubieten und dann ein Plattform-Supplier zu werden, also Plattform-Zulieferer zu werden und dann gerade neuen OEMs am Markt die Möglichkeit zu bieten, auf dieser Plattform genau das zu tun, was die neuen OEMs, die Startups gut können, nämlich Infotainment, Innenräume, Design, Kundennutzen und so weiter, weil eben der Antrieb eines Elektroautos, Batterie plus Motor, eigentlich kein Unterscheidungsmerkmal ist für den N-Kunden. Boah, das ist aber ganz, ganz spannend, weil da haben wir auch in diesem Podcast schon mit anderen Meinungen zu tun gehabt, nämlich genau das, dass der OEM jetzt gerade lernen muss, wie man mit Zelle, mit Modul, mit Pack umgeht, wie man im Prinzip die Leistungselektronik alles in-house macht. Die Elektromotoren, die wandern ja jetzt gerade wieder zu den großen Marken. Aber letzte Frage, diese Radnamenmotoren, die kann man ja jetzt offensichtlich einzeln kaufen, ohne die ganze Plattform von DeepDrive. Gibt es irgendein Unternehmen, wo wir jetzt in absehbarer Zeit mal drauf schieren sollten und mal gucken, ob es da gewisse Announcements gibt? Gibt es erste Kunden von DeepDrive? Also es gibt erste Kunden und man sollte auch die Ohren nach Announcements aufhalten. Ich kann natürlich keine Details verraten hier, aber wir werden sehr sicher in den nächsten Jahren Fahrzeuge mit unseren Motoren auf der Straße sehen. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Das war Alexander Rosen von DeepDrive. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit, Herr Rosen. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu Radnamenmotoren, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail patrick.rosen.k.edu oder schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Die Geladen-Community, die besteht nämlich jetzt aus großen Teilen von Fahrzeugspezialisten nach dem letzten Podcast von Herrn Professor Doppelbauer. Herr Rosen, machen Sie es gut, vielen Dank, bis bald. Tschüss.